Nach der Verletzung von Backup-Torwart Claudio Bravo ist Manchester City auf der Suche nach einer neuen Nummer 2 möglicherweise bei Real Madrid fündig geworden. Cale Ornabas soll einem Medienbericht zufolge ein Citizen werden. Laut der Ass soll der Costa Ricaner für eine Saison ausgeliehen werden und anschließend zu Madrid zurückkehren. Da das Transferfenster in England schon geschlossen ist, dürfen die Vereine auf der Insel eigentlich keine Spieler mehr verpflichten. Leihgeschäft in Ausnahmefällen wohl möglich Doch der englische Meister kann in Ausnahmefällen, wie der schweren Verletzung Braavos, bei der Fall wohl eine Anfrage stellen, um ein Leihgeschäft zu ermöglichen. Der Verband entscheidet dann, ob ein Transfer erlaubt wird oder nicht. Sollten die Sky Blues mit ihrer Anfrage scheitern, hat City-Coach Pep Guardiola mit dem 20-jährigen Daniel Grimm schon nur eine weitere Option auf der Torhüter-Position in der Hinterhand. Werbung 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 Werbung